Scheinbar waren meine kaum vorhandenen Mathe-, Physik- und Chemiefähigkeiten heiß begehrt auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Denn das Bundesagentur für Arbeit Arbeitbeschaffungsprogramm spuckte ständig neue Adressen für mich aus. Innerhalb weniger Tage hatte ich 30 potenzielle Arbeitgeber für mich ausfindig gemacht. Mein Vater schien unbeeindruckt. Aufgehetzt von Berichten über steigende Arbeitslosenzahlen und Jugendlichen, die über 100 Bewerbungen schreiben mussten, um letztendlich doch nur nach der Probezeit rausgeschmissen zu werden, erhöhte er eigenmächtig den Suchradius meines Zauberprogramms von 20 auf 50 Kilometer. 50 Kilometer! Wie um alles in der Welt sollte ich denn jeden Tag irgendwo hinkommen, was 50 Kilometer entfernt war? Tja, dann fährst du jetzt halt jeden Tag ein paar Stunden mit dem Zug. Achso. Ich bin früher 40 Kilometer mit dem Mofa zur Berufsschule gefahren. Und deine Großeltern? Naja, du kennst ja die Geschichten. In der Tat. Stundenlang mit dem Zug fahren war also das barfuß durch den Schnee laufen meiner Generation. Außer der Manipulation des komplexen Computerprogramms hatte mein Vater noch einen zweiten Optimierungsansatz. Ständig schleppte er haufenweise Stellenanzeigen aus drei verschiedenen Zeitungen an, die aber alle überhaupt gar nichts mit den Empfehlungen von Herrn Marquardt zu tun hatten. Meistens waren sie simpel, bodenständig und ohne fancy schmancy Umschreibung. Bäcker, Maurer, Tischler. Scheiß auf, Fachkraftwürr. Punkt, Punkt, Punkt. Die Stellenangebote stapelten sich schon unter die virtuelle Decke, als es ans Eingemachte ging. Bewerbung schreiben. Bewerbung schreiben ist gar nicht so schwer. Es gibt ja genug Beispielmaterial, von dem man erfährt, wer eine Bewerbung gefälligst auszusehen hat. Neben den offensichtlichen Informationen, Name alter Schule und der äußerlichen Form, keine Rechtschreibfehler, Zeilenabstand, war ganz besonders wichtig die Formulierung der wenigen längeren Sätze. Möglichst geschwollen gestellt und unnatürlich mussten sie sein. Also auf keinen Fall so schreiben, wie es ein normaler Mensch tun würde. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen um den Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Lagerlogistik. Mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung gelesen und nach dem Einholen weiterer Informationen mich dazu entschlossen, dieses Bewerbungsschreiben aufzusetzen. Ich habe Spaß an planenden und organisatorischen Tätigkeiten. Außerdem arbeite ich gerne mit anderen Menschen zusammen. Ich bin überzeugt von der Qualität Ihrer Produkte, das Schreiben ging übrigens an Ikea, und möchte unbedingt einen Beitrag zu dem Erfolg Ihres Unternehmens leisten. Sehr würde ich mich über eine hoffentlich positive Antwort von Ihnen freuen. Mit freundlichen Grüßen, Marcel Hugenschir. Alles Quatsch. Wo sollte denn der Spaß an Organisation und Zusammenarbeit mit anderen herkommen? Bei Gruppenaufgaben in der Schule hängte ich mich grundsätzlich an Leute ran, von denen ich wusste, dass die sich im Grunde um alles kümmerten. Die sollten mir nur sagen, was ich zu tun hatte und dann machte ich das schon. Meistens. Meistens mehr schlecht als recht. Wenn ich was organisieren sollte, würde das ja bedeuten, dass es meine Schuld wäre, wenn es scheiße wird. Und meine brennende Überzeugung für Ikeas Qualitätsmöbel? Wir hatten zu Hause überhaupt nichts von Ikea. Oto, mein Vater? Alles billiger Schrott. Eine Sofagarnitur für 700 Euro. Das geht doch sofort kaputt. Die Sofas und Sessel in der Stube haben damals 6000 Mark gekostet. Aber die haben wir jetzt auch schon seit fast 20 Jahren. Das ist Qualität. Die ganze Bewerbung war also erstunken und erlogen. Aber was sollte ich denn bitte sonst schreiben? Jo, eigentlich ist mir egal, was ich bei euch arbeiten muss. Ich bewerte mich eigentlich nur, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Wie ist denn das Gehalt? Natürlich war mir bewusst, dass die meinen schwülstigen Einschleimtext sofort durchschauten. Die Sache war doch klar. Die suchten einen Bimbo, der für sie Regale durch die Gegend trug. Ich jemanden, der mir Geld für meine eher mittelmäßige Leistung gab. So einfach war das. Aber trotzdem mussten alle einen Affentanz aufführen. Letztendlich würde ich eh mit ganz normalen Typen zusammenarbeiten, die meine bescheuerte Bewerbung überhaupt nicht gelesen hatten. Das Floskelnbreitreten war nur für die Führungsriegel. Was für ein albernes Unterfangen, aber die wollten es ja so. Im Grunde sahen alle meine Bewerbungen gleich aus. Oft schlonzte ich diese Texte einfach nur so hin, dachte gar nicht viel darüber nach und zog mir irgendwelche Gründe für meine Bewerbungen aus dem Arsch. Aber manchmal machte ich mir einen Spaß daraus, mir extra bescheuerte Aufhänger und Formulierungen auszudenken. So schrieb ich zum Beispiel den Stadtwerken Osnabrück, bei denen ich mich als Fachkraft für Abwassertechnik bewarb, was so viel bedeutet wie irgendwelchen Scheiß auf einer Kläranlage zu machen, dass mir die Umwelt schon immer sehr am Herzen lag und ich mir keinen Beruf vorstellen könnte, bei dem ich mehr für sie tun würde. Egal, ob ich nur irgendwas aus Papier rotze oder mir mal 5 Minuten was Besonderes ausdachte, und mein Vater war jedes Mal begeistert. Ja bitte, sehr gut. Das klingt alles sehr gut. Also ich würde dich einstellen. Ich finde das gut. Nach Bewerbung 20 gingen mir die Floskeln endgültig aus. Doch zum Glück hatten wir jetzt unseren Supercomputer. Ich benutzte einfach ein und dasselbe Schreiben immer und immer wieder und er legte mir selbst als Quest auf, einen Weg zu finden, so wenig Wörter wie möglich auszutauschen. Leider hatten die Firmen alle unterschiedliche Adressen und leider kann man Briefumschläge nicht ausdrucken. Bis tief in die Nacht saß ich in der Küche und beschriftete einen Umschlag nach dem anderen. Alles unter strenger Aufsicht. Meinem Vater war es wichtig, dass ich alles, was handschriftlich geschrieben werden musste, auch wirklich selber schrieb. Genauso wichtig war es ihm aber, dass es ordentlich aussah. Das war ein Problem, da er meine Handschrift überhaupt nicht ausstehen konnte. Aber anders konnte ich nun mal nicht. Ich merkte beim Schreiben, wie er mit sich selbst ringen musste, mir nicht den Stift zu entreißen. Ich nannte es das Handschriftenproblem Perpetuumowile. Alles, was meiner perfekten Mittelstandsbewerbung noch fehlte, war ein ordentliches Foto. Ich hatte lange Haare. Das passte meinem Vater natürlich auch überhaupt nicht. Am liebsten hätte er sie mir abrasiert. Aber so weit in meine Selbstbestimmung einzugreifen, war selbst ihm zu viel. Als Wiedergutmachung dafür, dass er sie nicht abrasierte, gönnte er sich, sich ständig über sie aufzuregen. So hatte er dann doch noch was davon. Das Ganze artete in einen Stellungskrieg aus. Wann gehst denn du mal wieder zum Friseur? Joa, ich hab für nächste Woche einen Termin. Aha. Eine Woche später. Wolltest du nicht zum Friseur? Ne, der Termin ist erst nächste Woche. Ach so. Noch eine Woche später. Wann gehst denn du mal wieder zum Friseur? Und so weiter. Vor meinem Bewerbungsfoto musste ich dann aber doch, da meine Mutter sich einmischte und sagte, na nun geh da mal hin, damit da wieder ein bisschen Form reinkommt. Was auch immer das heißen sollte. Selbstverständlich sah ich nach dem Haareschneiden, wie immer, total bescheuert aus. Ein bisschen wie Susi, aus Susi und Streuch. Das frisch gekaufte grüne Karohemd verlieh meinem Aussehen außerdem einen leichten 70er Jahre Touch. Auf meine Bewerbung kam also das Foto eines pädophilen Susi und Streuch-Fans aus den 70er Jahren. Joa, passte ganz gut zusammen. Mir war mittlerweile eh alles egal. Sollten die Leute doch denken, was sie wollten. Nach 50 Bewerbungen hatte ich mir erstmal eine Pause verdient. Jetzt hieß es abwarten. Ich bin ein bisschen dran.